Aloha und willkommen zurück auf meinem kanal zum neuen reaction was natürlich auch anders auf diesem kanal nö wie Tommi heute schauen wir uns die reaction an vor drei minuten geht dummige es sagt und ich würde sagen glaub mir kann ich um den grossen brei umstarten direkt rein in der tat oh yeah lasst die party get ready hey alter geil 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 nein doch vor nächster check das neue gran turismo ja hey du hast das oder ein neues Forza es sieht halt einfach wie in echt aus ne nein Forza ist zwar Xbox ne ja geil geil aber halt die grafik ja es ist einfach wie in echt also es sieht einfach so geil aus wo sind wir in virtual reality oder was es ist so heftig ALT nö du du oh mein Gott kaak nicht das hat weyten ne Kampagne, das wäre mega... Oh, geil, ne? Als Rennspielein gebe ich eh den größten Fan, ne? Ah, das ist geil. Digga, das sieht da wirklich wie real aus, ne? Oh mein Gott. Ey, das ist das nächste Level, was Gran Turismo angeht, ey. Das ist einfach krass. Ja. Oh, ey, das ist geil. Sieht schon echt geil aus. Kommt leider auch erst 2022 raus. Ja, hab ich mir gedacht, hab ich mir. Mal wieder ein Grund zum Ärgern. Aber ey. Aber es sieht halt auch wieder sehr viel besprechend aus. Schon nur die Optik und die Grafik, ne? Wenn du das schon anschaust... Alter, komm, das wird das Spiel des Jahres, ey. Was Rennspiele angeht... Alter, komm, was ist das, Alter? Ey, sind wir... Was sind wir da gelandet, ne? Es ist der siebte Teil... Es sieht aber zu krass aus. Es ist der siebte Teil von Gran Turismo. Junge, was ist das? Ey, Bruder. Ja. Ey, das ist... Das ist krass. Das ist krass. Ja, Freunde, wirklich. Schreibt auch eure Meinung in Kommentare. Ich würde mich sehr interessieren, was ihr jetzt denkt. Aber, ey. Das sieht krass. Hm. Domi ist an dieser Stelle zu sagen, was von diesem Reaction-Video zu Gran Turismo 7 noch gefallen hat. Lass einen Daumen nach unten. Lass ein Abo da. Schau bei Domi vorbei. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao, bis dann. Ciao. Ciao.